Hallo, ich bin's, Anna, die Gewinnerin des Castings von GameTV Schweiz. Heute wird Altes zu Neuem. Am 9. November erschien das neue Jurassic World Evolution 2. Aber nun zum Trailer. Jurassic World Evolution 2 ist der mit Spannung erwartete Nachfolger von Frontiers bahnbrechender Management-Simulation Jurassic World Evolution aus dem Jahr 2018 und bietet eine brandneue Story-Kampagne, die von Schauspielern aus der gesamten Geschichte der Jurassic World Filmreihe vertont wurde. Aufregende neue Funktionen. Vier spannende Spielmodi sowie mehr beeindruckende Saurier als bis anhin. Dies war's vorerst von Jurassic World Evolution 2. Habt ihr noch Anregungen oder möchtet ihr mir eure Wünsche mitteilen, über was ich zukünftig in den GameNews berichten soll? Dann meldet euch doch einfach unter Anna at GameTV.ch. Bis zum nächsten Mal, eure Anna.